Was ist eine beatmungsassoziierte Pneumonie? Die mit dem Beatmungsgerät assoziierte Pneumonie ist eine schwere Lungeninfektion bei einem Patienten, der sich seit über 48 Stunden an einem Beatmungsgerät befindet. Eine Reihe von Mikroorganismen kann für die Infektion verantwortlich sein und sie wird nicht nach den verursachenden Organismen, sondern nach der Vorgeschichte der Beatmungsgeräte klassifiziert, die den Patienten beim Atmen unterstützen. Eine Lungenentzündung ist ein schwerwiegendes Risiko bei der Anwendung von Beatmungsgeräten. Bei manchen Patienten besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine mit dem Beatmungsgerät assoziierte Pneumonie entwickeln. Die Infektionsrate kann bis zu 25% betragen. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Verwendung eines Beatmungsgeräts einen Patienten dem Risiko einer Lungenentzündung aussetzt. Patienten, die beatmet werden müssen, können nicht selbst atmen und sind häufig sehr krank. Ihr Immunsystem kann beeinträchtigt werden, was es Mikroorganismen leichter macht, ihren Körper zu besiedeln. Durch die Intubation eines Patienten zum Einrichten des Beatmungsgeräts können Bakterien in die Lunge und die Luftröhre gelangen, und wenn der Schlauch nicht entfernt wird, können sie von Bakterien besiedelt werden. In diesem Fall werden sie jedes Mal eingetmet, wenn der Patient atmet. Verfahren wie die Bronchoskopie können auch Bakterien einführen. Sobald Bakterien in die Lunge gelangen, können sie sich vermehren. Die normalen Symptome einer Lungenentzündung wie Husten und Atemnot werden nicht beobachtet, da der Patient sediert ist und sich ein Beatmungsgerät befindet. Pfleger müssen auf Warnzeichen wie sinkende Sauerstoffsättigung und Fieber achten. Diese weisen auf das Vorliegen einer Entzündung oder Infektion im Körper hin, und wenn ein Patient ein Beatmungsgerät verwendet, ändert sich stark, dass der Patient eine beatmungsassoziierte Lungenentzündung hat. Kulturen können aus der Lunge entnommen werden, um das Vorhandensein von Bakterien zu identifizieren und die Identität der Erreger zu bestimmen. Es ist auch möglich, die Lunge zu untersuchen, um die vorreterischen Anzeichen von bakteriellen Infektionen zu erkennen. Bei der Behandlung werden Antibiotika verabreicht, um die Bakterien abzutüten. Ein Problem bei beatmungsassoziierter Pneumonie und anderen im Krankenhaus erworbenen Infektionen besteht darin, dass die beteiligten Organismen häufig arzneimittelresistent sind. Resistenzen gegen mehrere Medikamente sind in Krankenhäusern keine Seltenheit und können die Behandlung erheblich verkomplizieren. Es gibt einige Schritte, die unternommen werden können, um das Risiko einer nosokomialen Infektion, einem anderen Begriff für im Krankenhaus erworbene Infektionen wie beatmungsassoziierte Lungenentzündung, zu verringern. Das Einhalten von Handwasch und anderen grundlegenden Hygieneprotokollen ist äußerst hilfreich, ebenso wie das Isolieren von Patienten, von denen bekannt ist, dass sie mit multiresistenten Bakterien infiziert sind. Wenn sie Intubationsräuchen platzieren und Zielfernrohre und Biopsien in der Lunge durchführen, ist es wichtig, ordnungsgemäß sterilisierte Geräte in einer sauberen Umgebung zu verwenden.